So, wir haben jetzt also quasi einmal dich gesehen, dann haben wir gesehen, wie du und er euch aufs Maul gegeben hat. Das war jetzt nicht so der Hammer. Du hast das DC-Universum wieder aus der Scheiße rausgeholt. Von dir soll es was geben. Bei dir hat man auch schon mal gehört, dass da was kommen soll. Du bist quasi nicht existent. Jetzt gucken wir mal, was du noch so bringst. Ja, Aquaman ist auch wieder so ein DC-Film gewesen, wo viele vorher noch gemeint haben, und so, um Gottes Willen, was kommt da auf uns zu? Unter Wasser? Aquaman? Will ich das wirklich sehen? Ich meine, es ist ja der langweiligste Superheld von allen im DC-Universum. Ja, das sagen die meisten Leute, die halt die Comics absolut nicht kennen. Und das, liebe Freunde, ist der Film auch. Er ist eins zu eins wie der Comic. Also man kann sich hier nicht beschweren, dass sie sich nicht an die Vorlage gehalten haben, sondern, ja, das ist genau das, was die Comics-Fans haben wollen. Und das heißt auch gleichzeitig, der Film ist gar nicht so unscheiße. Also ähnlich wie Justice League, überraschenderweise, ist der gar nicht so dreckig. Ich weiß, es gibt viele Leute, die die Justice League nicht gut fanden. Ich fand den okay. Und bei dem hier, muss ich sagen, geht mein Wert sogar noch ein bisschen weiter nach oben. Denn Aquaman macht Spaß. Aquaman ist mit Jace Momoa tatsächlich gut besetzt, wo man auch am Anfang so gemeint hat, da wieder Werbung, muss ich das jetzt haben, muss ich sagen. Gewöhnt man sich ganz gut an diesen Typen und sagt, perfekt, also gut gecastet, kann man nicht meckern. Amber Heard als Mera funktioniert ebenfalls ganz gut, macht jetzt quasi nicht so überragende Oscar-Leistungen. Aber wer will das schon? Ich meine, wir sind hier in einem Superhelden-Film und da reicht das. Nicole Kidman ist mir manchmal ein bisschen zu, ja, overcoolen. Weiß nicht, ob mir das so gut gefällt. Aber ich glaube, alle hatten Spaß am Set. Auch Willem Dafoe macht Spaß. Der spielt eigentlich so eine Art, wir wollen nicht sagen Yoda, aber so der ältere Herr, der Aquaman ausbildet und dann immer so seine Hand auf seiner Schulter hat. Ja, auch James Ones Muse, Patrick Wilson ist wieder mit dabei. Der spielt nämlich den Ocean Master, der böse Gegenspieler. Und wo Marvel ja immer so ein bisschen Probleme hat mit seinen Bösewichten, sieht es bei DC ja fast schon ähnlich aus. Der Ocean Master hier funktioniert ganz gut. Der ist, ja, ein guter Gegenspieler. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich hätte mir das eher lieber für fortführende Filme gewünscht. Denn für mich ist persönlich eigentlich der liebere Bösewicht der Black Manta. Und da sind wir auch beim großen Kern des Ganzen. Denn Aquaman ist sehr überladen. Wir haben hier einmal die Geschichte, wie halt Arthur zu Aquaman wird oder beziehungsweise wie Arthur zum König von Atlantis wird und diesen Thron halt besteigen will. Vorher noch diesen Dreizack suchen muss. Gleichzeitig noch eine kleine Fede mit Black Manta offen hat und überhaupt erst mal so zu dem Helden werden muss. Klar, es ist eine klassische Heldengeschichte. Er geht einmal unter und muss sich dann von ganz unten wieder hochkämpfen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, mir hätte diese Suche nach dem Dreizack jetzt für den ersten Aquaman-Film gut gereicht. Das wäre super gewesen. Denn hier hat man auch eine kleine Abenteuergeschichte mit einer Schnitzeljagd mit drin. Und das sind auch die schönsten Szenen im ganzen Film für mich. Denn wo wir einen schönen Kampf haben mit Black Manta quasi in Sizilien, was auch ein sehr schönes Setting ist, so ist dieser letzte Kampf dann relativ überladen. Denn hier hat man sich entschieden, den Herrn der Ring nochmal unter Wasser vorzuführen, wenn man das so möchte. Und wirklich alles an Meereswesen und Monstren rauszuhauen und gegeneinander kämpfen zu lassen. Ansonsten, Look ist eigentlich einwandfrei. Man bewegt sich immer weiter weg von diesem ganzen düsteren Look. Na klar, es gibt solche Szenen in dem Film, aber es wird auch sehr viel Bundes gezeigt sozusagen. Gerade die ganze Unterwasserwelt sieht wirklich schön aus. Und diese Welt ist halt interessant zu sehen. Abschließend zu sagen, Aquaman ist auf jeden Fall wieder einer der besseren DC-Filme. Sollte man sich auf jeden Fall im Kino auch angucken, denn da knallt es nämlich ordentlich. Und ich persönlich habe Lust eigentlich auf diese Welt. Also alle, die so vorher noch gemeint hatten, Aquaman, nee, bla, hö, ist für mich tatsächlich momentan einer mit der interessantesten Charaktere in dem DCEU. Wir kommen gerade aus der Preview von Aquaman und da gibt es ja auch immer was zu gewinnen. Und wer auch was gewinnen möchte, der sollte am 21.12. dem Freitag in der weiteren Vorstellung von Aquaman im Cineplex sein. Denn da gibt es einen riesen Aquaman-Jace Momoa-Pappaufsteller zu gewinnen. Für alle, die Single sind, etwas Warmes zum Kuscheln brauchen oder ein verrücktes Sexleben haben. Stellt euch das Ding rein und habt Freude mit ihm. Aber natürlich gibt es auch noch ein paar andere Preise zu gewinnen. Also es geht dort keiner leer aus. Das ist für uns auch dann der letzte Film, den wir dieses Jahr besprechen. Ich komme morgen nochmal mit einer kleinen schriftlichen Review von Bumblebee. Der wirklich letzte Film, den ich mir dieses Jahr anschaue. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als euch eine schöne Weihnachten zu wünschen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns im nächsten Jahr natürlich wieder mit einer Menge Filme, die ich besprechen werde. Bis dahin, auf Wiedersehen! Bis dahin, auf Wiedersehen! Bis dahin, auf Wiedersehen! Vielen Dank.